Der Orgel- und Harmoniumbauer ist ein in Deutschland staatlich anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung, Ausbildungsdauer und Struktur. Die Ausbildungsdauer zum Orgel- und Harmoniumbauer beträgt in der Regel dreieinhalb Jahre. Die Ausbildung erfolgt an den Lernorten Betrieb und Berufsschule. Der Beruf verfügt über zwei Fachrichtungen, Orgelbau sowie Pfeifenbau, Arbeitsgebiete. Orgel- und Harmoniumbauer konstruieren Orgeln und Harmonien. Sie entwerfen dazu die Einzelteile wie die Windladen einschließlich Stecken- und Registerbetätigungseinrichtungen, aber auch den Spieltisch- und Gehäuseteile. Sie fertigen Traktor-Teile an und montieren sie. Die so hergestellte Orgel wird am Orgelplatz eingemessen und montiert. Anschließend führen Sie einen Funktionstest durch. In der Fachrichtung Pfeifenbau stellen Sie die Platten für Metallpfeifen her. Dazu müssen Sie die Schmelztemperatur und die Legierung bestimmen, um die Platten anschließend zu gießen. Bei der Herstellung von labialen und lingualen Pfeifen achten Sie auf Mensurentabellen. Berufsschule In Deutschland gibt es eine einzige Berufsschule, die Oscar Walker Schule in Ludwigsburg.